Oh mein Gott, oh mein Gott, ich hab mir ein Virus erzählt, glaub ich. Oh nein. Kennt ihr diese Buttons bei so Scam-Seiten, die so blinken und wo dann so groß Download draufsteht? Darauf hab ich geklickt. Ach du Scheiße, Digga. Das war's komplett, Alter. RIP. Digga, morgen einfach streamt hier Vladimir auf dem Channel und promotet irgendwie seine Bitcoin-Gamble-Seite oder so. Oh Mann, Alter, ganz übles Ding. Gibt es was, was, äh, gibt es was, was Ivanka Tossi ist? Sieh die Hände! Ah, scheiß auf die Papa Corns, Digga. Okay, sie ist nicht nackt. Das gibt mir so Arizona-Eistee-Vibes. Ist einfach Arizona-Eistee als ne Waffe. Guck mal hier, das ist auf Platz 1 in den Trends. Das beschreibt ziemlich gut, an welchem Point YouTube gerade ist, Bro. Real Rap, das ist ziemlich, ziemlich, ziemlich aussagekräftig in meiner Opinion. Ja, weiß ich nicht. Slyly fucked up, Alter. Slyly fucked up.